Hi, ich habe was für dich und zwar gibt es ab sofort mein Workout Band 1. Diese Themen und ganz viel mehr findest du in meinem Workout Band 1. Auf diesen 70 Seiten erwarten dich insgesamt 3 Workouts mit effektiven Übetrainings, bestehend aus Flexibilität, Ausdauer, Höhen und Atemübungen. In den letzten 25 Jahren haben sich für mich 4 Regeln in meinem Spielen herauskristallisiert. Dabei geht es um Bewusstsein für Sound, Luftführung, Entspannung, Atmung und Wählerzulassen. Du kannst aber auch direkt mit mir trainieren. Zusätzlich zum Buch habe ich persönlich auch einen Videokurs erstellt. Mit welchem du alle 3 Workouts auch mit mir direkt üben kannst. Lass dich von mir an die Hand nehmen, motivieren und dir meine Techniken, Herangehensweisen und Gedanken zum Musizieren näher bringen. Meine 3 Workouts sollen dich auf deinen Moment vorbereiten. Sei es in der Musikprobe vom Musikverein, beim Jahreskonzert vom Musikverein, beim Kirchenkonzert oder bei der Big Band. Meine 3 Workouts sind dafür da, dich optimal auf deinen Moment vorzubereiten. Wenn du jetzt Lust bekommen hast, was mich sehr freuen würde, mit meinem Workoutband zu trainieren oder sogar mit mir gemeinsam trainieren zu wollen, dann bist du bei mir genau richtig. Meine Schule findest du auf www.huttermusic.com und dann können wir schon direkt mit unseren Workouts starten. Ich freue mich sehr auf dich. Bleib gesund. Wir sehen uns.